Musik Schauen Sie sich mal die Krippe hier an. Das ist ein Einfallsreichtum, wie sie jedem Hollywood-Regisseur gut zu Gesicht stünde. Hier hinten zum Beispiel ein Komet erscheint, dann taucht plötzlich ein Engel auf bei ganz einfachen Leuten, bei den Hirten. Hier ist der König Herodes, ein böser Herrscher und da kommen die drei Weisen, die drei Könige aus dem Morgenland. Und hier vorn ist sogar die Weihnachtsgans Auguste, die dürfte Weihnachten überleben. Dann freuen wir uns mit ihr. Hochkarätig besetzt von den kleinen Rollen Ochs und Esel bis zum Christuskind. So eine Krippe kann einem sehr viel erzählen. Und deswegen gibt es in Tirol einen Brauch, das Krippele schauen. Da läuft man von Haus zu Haus, von Kirche zu Kirche und sieht sich die schönsten Inszenierungen der Weihnachtsgeschichte an. Und dabei erklingt dann Hausmusik, weihnachtliche Musik natürlich. Und die hören wir jetzt von drei jungen Tiroler Musikern. Und da die Tiroler nicht nur lustig, sondern auch schneidig sind, heißen sie die Schneidigen. Musik 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 Musik